Jetzt haben wir noch mal drüber rutschen, volle Rutschen um einmal links durch auf beiden Seiten. Hauptsache, wir haben das Verlotsgeschichte genauso gut. Einfach auf links 15 Sekunden durch und rutschen. Amina, was ist das? Wenn Amina kommt, dann blieb jetzt. Diese Preise. Freunde, nach hinten durchrutschen. Das war ganz wichtig, weil die davon kommen, sonst kommt es nicht rein. Was ist das denn? Was ist das denn? Bio-Heizung, Sauna. Ich hoffe, es ist schwierig oder nicht. Ja, tatsächlich doch. Ich weiß es gleich genauso. Aber es kommt so ein bisschen auf die Zürmerrucke. Aber die sind ja noch sehr seltsam. Sehr gut. Die Grazien sind so mittlerweile, soweit sie noch los waren, hatten. Ja? Jetzt versichert. Ja, wenigstens sieht man ja wieder auf ihren Bildverteil auf einander. Und das ist ein sehr guter Openspiel. Die Herren der Schöne. Gehen wir so? Dann haben wir los. Und los geht los. Genau! Wow! Ja. Wow! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, ich fühle mich eine Melode von der Schein, man kann mich eine Melode, aber es ist ja einfach so. Ja, ich fühle mich eine Melode von der Schein. Ja, ich fühle mich eine Melode von der Schein. Ich fühle mich eine Melode von der Schein. Ich höle mich eine Melode von der Schein, und ich fühle mich ein und die lotion. Wie für dich eruestaне, Das ist ein Wunsch an. Vielen Dank.